Das ist mein Bruder. Keiner will deine Muskeln sehen. Ich präsentiere euch die Chatverläufe zwischen mir und meinem Bruder. Ihr denkt, es sind normale Nachrichten wie Hallo, ich habe Hunger. Aber nein. Es ist ein ganz normaler Montag und er schickt mir dieses Bild. Und das ist mein Bruder auf dem Schiff. Wo bist du? Und er schreibt mir in England. Ich rufe ihn per FaceTime an, weil ich habe gedacht, das ist ein Witz. Es war kein Witz. Er hat mir eine Schiffstour gegeben. Aber das war nicht das einzige Mal. Nein, ich habe ihm geschrieben, das Wetter ist so schlecht. Er schreibt, also bei mir ist super das Wetter. Und schickt mir dieses Video. Ich war so, wo bist du, Mama und Papa? Warten auf dich. Und das einzige, was er schreibt, Urlaub. The sun is so strong, baby. Dann ich schreibe ihm, wie geht's? Gut, hab Durchfall. Wenn man morgens aufsteht, schreibt man sich so, guten Morgen. Nicht mein Bruder. Er schickt mir ein Bild von einer Kröte. Von seinem neuen Haustier. Die hat er vor seiner Tür gefunden.